Der Konsum Leipzig wünscht, bitte bleibt gesund. Sie alle können dazu beitragen. Bitte beachten Sie den Mindestabstand und die Hygienevorgaben auch in unseren Märkten und kaufen Sie nur so viel, wie Sie wirklich brauchen. Helfen Sie sich gegenseitig beim Einkauf und seien Sie nett zueinander, auch zu unseren Verkäuferinnen und Verkäufern. Und besonders wichtig in dieser Zeit, ernähren Sie sich gesund. Frische Lebensmittel sind immer verfügbar. Bitte bleibt gesund. Konsum Leipzig. Nah, frisch, freundlich.